Sie hören Mina Monningham, Das Schulhaus am Ende der Galaxis, von Jana Paradigi. Gelesen von Sabrina Scherer, produziert für die Hörbuchmanufaktur Berlin. Happy Birthday, Mom! Es wäre schön, eine Laus zu sein. Dann könnte ich mich einfach im Mondschein auf dir niederlassen und nach einem glücklichen, satten Leben vergehen. Mit diesen Worten breite ich nach einem langen Arbeitstag meine Arme aus und umschlinge den Kastanienbaum im Hinterhof des Bürokomplexes so innig, als wäre er mein Romeo und ich die lebensmüde Balkonschnäpfe. Aber mein Name ist nicht Julia, sondern Mina Monningham, weil ich Alliterationen mag. Genau genommen heiße ich Jasmina, was Frucht der Liebe bedeutet. Der pure Hohn, wenn man bedenkt, dass sich mein Vater aus dem Staub gemacht hat, bevor ich überhaupt geboren war. Das ist zumindest die Geschichte, die mir meine Mutter erzählt hat, bevor sie ein paar Jahre später selbst im Nirgendwo verschwunden ist. Natürlich hat sie sich nicht einfach aufgelöst. Nicht so, als würde man ein Stück Zucker in eine Tasse heißen Tee werfen. Dann wäre der Zucker ja noch da, nur in anderer Form. Es war eher so, als würde man seinen Kugelschreiber verlieren. Man legt ihn irgendwo hin und vergisst ihn einfach. Dabei wäre ich der Kugelschreiber und meine Mutter hätte mich in einem Internat abgelegt, um mich dann aus dem Gedächtnis zu streichen. Entdeckt habe ich das erst nach Dutzenden von unbeantworteten Mailbox-Monologen und dem einsamsten Weihnachtsfest meines Lebens. Denn schlimmer, als allein zu feiern, ist es unter Menschen zu sein, die einem nichts bedeuten, während diejenige, die dir am Herzen liegt, nicht an dich denkt und nicht bei dir sein will. Nach einigen depressiven Monaten habe ich schließlich eingesehen, dass das Verschwinden meiner Mutter kein großer Verlust war. Sie war mit ihren Gedanken sowieso andauernd irgendwo anders. Vor dem Internat bestand mein Leben aus unzählbaren Regeln und Verboten und aus Angst. Aus der Sicht meiner Mutter lauerte unter jedem Hut ein Spion oder Bösewicht. Wenn uns eine streuende Katze über den Weg lief, verstummte sie, auch wenn es nur um die Einkaufsliste für das Abendessen ging. Denn Tieren war grundsätzlich nicht zu trauen. Sie ließen die Menschen aus reiner Boshaftigkeit in dem Glauben, dass sie nicht sprechen könnten. Ich habe meine Mutter mehr als einmal dabei erwischt, wie sie auf die Krähen in den Bäumen um unser Haus eingeredet hat. Am schlimmsten war sie allerdings beim Anblick von blauen Blumen oder, Himmel bewahre, bei blauem Obst. Es hat zwei Jahre gedauert, bis ich in der Kantina ruhig neben meinen Freundinnen sitzen konnte, wenn es Blaubeerpfandkuchen als Nachtisch gab. Gegessen habe ich bis heute keinen. Stattdessen habe ich blau zu meiner Lieblingsfarbe erkoren. Sowohl bei der Kleiderwahl als auch in meinem Studium zur Werbedesignerin. Aus reinem Trotz würde meine Mutter wohl... Die Psychotante aus der Schule hätte es dagegen eher als Zeichen dafür gewertet, dass ich mich endlich meinen inneren Dämonen stelle. Wahrscheinlich ist es von beidem etwas. Mein Studienmentor fand meine übertriebene Vorliebe für blau eine gute Sache, auch wenn er die wahren Hintergründe nicht kannte. Eine richtige Designerin braucht ein Markenzeichen, hat er immer gesagt. Und die Professoren der Prüfungskommission fanden das offenbar ebenfalls, denn sie haben in ihrer Beurteilung meine Fähigkeit, im Himmelblau der zu bewerbenden Holzfällerachs die Sehnsucht nach Freiheit zu transportieren, bei meiner Anzeigengestaltung als besonders herausragend unterstrichen. Mein erster Arbeitgeber fand diese Farbleidenschaft hingegen weniger brillant und hat mich nach der Hälfte der Probezeit vor die Tür gesetzt. Seitdem bin ich selbstständig. Die Arbeitsagentur hat mir glaubhaft vermittelt, wie gut es tue, seine eigene Chefin zu sein. Sie hat mich mit Schlagworten wie Gründerzuschuss, freie Zeiteinteilung, das eigene Designimperium und mit der Aussicht nicht für andere, sondern für mich selbst zu schuften geködert und mir sogar einen Platz in einer hippen Bürogemeinschaft verschafft, im East End von London. Genauer gesagt in Shoreditch, dem angesagten Viertel für Technikfreaks und Startups. Deshalb lebe ich als ich AG mit 24 Jahren in einer zu teuren Wohnung und zahle zu viele Miete für einen Schreibtisch mit Stuhl, dass ich mir vom Rest meines Monatseinkommens meist nur Tütensuppen leisten kann. Doch das Schlimmste ist, dass ich das alles gerade einem Baum erzähle. Einer alten, knorrigen Edelkastanie, da mein trostloses, verkorkstes Leben mit Sicherheit völlig egal ist. Selbst der Mond lacht wahrscheinlich bei dem Anblick. Vielleicht hätten sie Mitleid, wenn sie wüssten, dass heute der Geburtstag meiner Mutter ist und dass sie ihn offenbar auch diesmal ohne mich feiern will. Bevor ich bei dem Gedanken in Tränen ausbreche, lasse ich den Baumstamm los und strehe mich weg. Ich reibe mit dem Handrücken über meine Augen und schniefe so unauffällig wie möglich. Außer mir und der Kastanie ist niemand in dem weitläufigen Innenhof zu sehen. Wen wundert's, ist ja schon nach Mitternacht. So merkt auch keiner, wie das letzte der orange-roten Blätter vom Ast segelt und mir tröstend über die Wange streicht. Aber das ist natürlich Einbildung. Ich schniefe nochmal, um meine Nase freizubekommen. Dann flüstere ich mit belegter Stimme ein Danke ins Halbdunkel, gehe zu meinem Fahrrad, stochere mit dem Schlüssel herum, bis ich das Kettenschloss treffe, sperre auf und mache mich nach einem arbeitsreichen Dienstag die Commercial Street entlang auf den Heimweg. Zu Hause blinkt mich mein Handy vom Küchentisch aus vorwurfsvoll an. Ich wusste, dass ich irgendetwas vergessen hatte. Das rote Lämpchen vermeldet sicher eine Nachricht von Josh, meinem Noch-Freund. Auch er ist dabei, ins Nirgendwo zu verschwinden. Vielleicht liegt es an mir. Vielleicht habe ich ungeahnte magische Kräfte, mit denen ich alles, was ich liebe, wegzaubern kann. Ich packe meine Umhängetasche mit dem Laptop neben die Spüle, öffne den Kühlschrank und schenke mir ein Glas Karottensaft ein. Ein Versuchsprojekt, das ich seit ein paar Wochen betreibe, um meine Gesichtsfarbe von Leichenblass auf fahl, aber lebendig hochzustufen. Der Erfolg lässt auf sich warten. Nach nochmaligem Sinnen über meine Verschwindemagie erinnert mich das Ganze doch eher an einen Fluch. Oder an eine Wahnvorstellung, wobei wir wieder bei meiner Mutter wären. Wahrscheinlich werde ich wie sie. Pleite, verrückt und bald ohne Kugelschreiber. Ich nehme einige Schlucke aus dem Glas, entsperre mein Handy mit einem Fingerwisch und höre die Mailbox ab, während sich der muffig-süßliche Geschmack von Karottenextrakt in meinem Mund breit macht. Mina, wo bist du? Ich habe den ganzen Tag versucht, dich zu erreichen. Wir wollten uns doch das 3D-Triple-Feature am Ridgemax-Cinema ansehen. Ich stehe mit Laura und Ben an der Kinokasse. Komm einfach nach und bring was Flüssiges für die gute Laune mit. Die Spitze im letzten Satz entgeht mir nicht. Wenn ich ehrlich zu mir bin, hat Josh recht. Gelacht habe ich schon lange nicht mehr. Zumindest nicht von Herzen. Das liegt nur zum Teil an ihm. Immerhin versucht er auf seine kleinen Macho-Art immer wieder mich aus meinem düsteren Schneckenhaus hervorzulocken. Er kann wirklich witzig sein. Und lieb. Aber als Dauerstudent hat er keinen Schimmer, wie trostlos sich das echte Leben anfühlen kann. Als Hörsaalhocker träumt man noch von der Gestaltungsrevolution statt vom tonnenschweren Joch des Geldes. Ich tausche mein Glas gegen die Zwiebacktüte und fische nach den letzten Krümeln darin, als das Handy erneut klingelt. Das kann nur Josh sein. Ich schaue auf die Uhr. Teil 3 des Triple Features müsste eigentlich noch laufen. Will ich seinen Vorwürfen live oder lieber auf Band lauschen? Ich entscheide mich für die unkommunikative Variante und höre nach angemessener Wartezeit die Mailbox gleich nochmal ab. Die Stimme, die darauf hinzuhören ist, ist mir jedoch unbekannt. Miss Monningham? Ich warte ab, was der offensichtlich männliche Fremde zu sagen hat. Miss Monningham, es wäre wirklich wichtig, dass Sie abnehmen. Ich drehe mich um und gucke aus dem Fenster, ob mich jemand in der Küche beobachtet. Doch gegenüber befindet sich nur eine alte verblichene Werbetafel. Er wird mulmig. Wer ruft so so später Stunde an? Ob Josh etwas passiert ist? Vielleicht hat er sich geprügelt und sitzt auf der Wache. Die Wiedergabe läuft noch. Miss Monning. Weiter kommt die Stimme nicht. Es folgt der Piep für das Ende der Mailboxaufnahme. Ich atme einmal kräftig durch und stecke das Handy in die Hosentasche, als es erneut klingelt. Einmal. Zweimal. Beim dritten Mal nehme ich all meinen Mut zusammen und gehe ran. Ja, hallo? Geht es um Josh? Jetzt ist es die andere Seite, die für einen Moment stumm bleibt. Dann höre ich an... Nein, meine Gnädigste, es geht vielmehr um Ihre werte Großmutter, Elizabeth Monningham. Ich weiß nicht, was mich mehr irritiert, dass hier jemand mitten in der Nacht wegen meiner Großmutter anruft oder die Tatsache, dass ich überhaupt eine habe. Klar ist meine Mutter nicht aus einem Kuckucksei geschlüpft, aber soweit ich mich zurückerinnern kann, haben wir nie über ihre Eltern gesprochen und es gab auch keine gestrickten Pullover zu Weihnachten. Miss Monningham, sind Sie noch dran? Ich dachte, es geht um einen Freund, antworte ich und weiß im selben Augenblick, wie dümmlich das klingen muss. Aber die Stimme am anderen Ende bleibt geduldig und freundlich. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Großmutter verstorben ist.